Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Kaiserslautern 3. Liga 2020, 2021, 29 Spieltag Magdeburg gegen Kaiserslautern Ergebnis 1 zu 0 Startelf Magdeburg Pranestop Müller Brutbitur Jakobsen Malachkowitski Ernst Obramir Jakobikag Attik Brünker Startelf und Kaiserslautern Spahitsch, Zimmer Kraus, Reiter, Zug, Schiff 3, Hecher, Redondo, Reiter, Puree, Hut Das war's von Magdeburg gegen Kaiserslautern 17.20 Uhr One Tick